Willkommen bei KLT. Der im Jahr 1993 gegründete Karosserie- und Fahrzeugbaufachbetrieb hat sich durch innovatives und marktgerechtes Denken kontinuierlich weiterentwickelt. KLT ist der Systemlieferant für die Automobil- und Baumaschinenindustrie. KLT steht für langjährige Kontinuität in Qualität und Leistung, bei der Unfallinstandsetzung und der Lackierung von PKW und Nutzfahrzeugen für Privat- und Geschäftskunden. Hierdurch wurden neue Märkte erschlossen und der Kundenkreis aufnahmhafte Automobil- und Baumaschinenhersteller erweitert. Zur Leistungspalette von KLT gehört die Großserienlackierung von Kunststoffen und Metallen für den Exterieur- und Interieurbereich. Ebenso beschichten wir Holz und Glas in der von ihnen gewünschten Oberfläche, von matt bis Hochglanz. Die punktgenaue Anlieferung der entlackierten und montierten Baugruppen erfolgt durch den hauseigenen Fuhrpark von KLT. KLT steht für Oberflächenkompetenz in Qualität und Zuverlässigkeit. Die Kundenzufriedenheit steht bei KLT an erster Stelle. Sie haben eine Herausforderung für KLT? Wir nehmen Sie gerne an.